Bereits zum 100. Mal stand sie für Hamburg 1 am Wochenende vor der Kamera. 100 Mal Party Patrol and more. Ein Grund zum Anstoßen. 2.500 Gäste feierten in der Telekom-Messehalle mit. Und auch für Genies Magazin, das Freitagabend um 20 nach 10 ausgestrahlt wird, fiel noch ein Interview mit dem Techno-Duo Mental Theo und Charlie Low Noise aus Holland ab. Für den trockenen Gaumen gab es unter anderem Sekt und Bier. Vom letzteren waren 5000 Lieder vorhanden und am Schluss kein einziger Tropfen mehr übrig. Neu ist auch der Genie-Song, den 17 namhafte Party-Organisatoren der Hamburger Szene für Genie komponierten. 1000 CDs mit dem Lied wurden auf der Party verschenkt. Promis durften auf so einem Event natürlich auch nicht fehlen. Gesichtet wurden unter anderem Dieter Bohlen und Jan Vedder. Gemeinsam mit den übrigen Gästen wurde gefeiert, bis morgens um 4. Ausgenommen Otto Walkes, der konnte gerüchteweise wegen Überfüllung gar nicht in die Halle vordringen.